Es ist Black & White Was geht ab Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal Heute machen wir weiter mit der nächsten Folge von den Black Panthers Und wir starten auch direkt rein in das erste Spiel Ohne lange rumzulabern gegen Anderlecht Das simulieren wir nämlich einfach los Dabei könnt ihr gerne einen Daumen da lassen Und auch gerne ein Abo da lassen Und auch gerne die Glocke aktivieren Falls ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst Wir gewinnen auf jeden Fall dieses Spiel mit 2 zu 0 Quendo sie und Rieden mit den Treffern Damit sind wir auf jeden Fall glaube ich sogar fix durch Als erster in dieser Gruppe Und sind damit auch direkt im Achtelfinale der Europa League Ja wir gehen auch gleich dann schon in die nächste Partie Gegen die Hertha Ich glaube ich würde schon Klappbach sagen Gegen die Hertha simulieren wir auch ganz entspannt rein Und verlieren 3 zu 1 sehr deutlich sogar Mal gucken ob das dann in den nächsten Spielen besser läuft Vor allem jetzt dann im Pokal gegen den FC Bayern Das Finale aus dem letzten Jahr Geht Gibt es die Revanche Ich hab nicht gesehen dass es wieder weiß ist Aber egal Das ist das Finale aus dem letzten Jahr Wir gegen die Bayern Diesmal aber schon in der dritten Runde Und einer wird jetzt weiter kommen Und der andere ist diesmal früh raus Also wird sehr sehr schwierig gegen die Bayern Ist das immer nicht so einfach Hätten wir natürlich lieber so einen Gegner gewünscht Wie zum Beispiel Saarbrücken oder Nürnberg Aber gut ist halt nicht so Wir müssen jetzt das Beste draus machen Und ja wir haben ja schon öfters bewiesen Dass wir die Bayern schlagen können Und damit wäre es gut Und wenn wir damit die Leute auch weitermachen würden So hier seht ihr die Aufstellung von uns Eigentlich bleibt alles wie gewohnt Wir müssen die 3-1 Niederlage gegen die Hertha Auch ein bisschen vergessen machen Top 11 steht auf dem Platz Kone nach Verletzungen endlich wieder in der Startelf So und dann Die Aufstellung des FC Bayern München Ja sieht eigentlich nicht Viel anders aus als das letzte Mal Wo wir gegen die gespielt haben Upa Beccano spielt ja auf jeden Fall Rechtsverteidiger Warum auch immer Tolisso spielt Linksverteidiger Bailey auf der 6 Also sehr sehr interessante Aufstellung Mal gucken was wir da So reinbringen können Gegen diese Mannschaft Wird wie gesagt nicht einfach werden Können du sieh Klasse Ball jetzt für Burkhard Und Burkhard Und Burkhard Und das 1-0 für uns Ganz ganz früh Von Burkhard Nach ein paar Minuten geht das schon gut los Und Mr. Pokal hat mal wieder zugeschlagen Wir haben keine Chance für De Gehr im Tor Der kann nichts mehr machen Und dann steht es hier früh 1-0 für uns Läuft doch alles nach Plan Pfff Quenuzi probiert es da mal aus der Distanz Gibt es mal eine Ecke Burkhard Gute Möglichkeit da für uns Guter Ball von den Bayern Die lassen den Ball jetzt sehr gut laufen Kommen da nicht wirklich in die Zweikämpfe rein Und Navas Muss den wegparieren Den Schuss von Fede Valverde Bei der ehemals Real Madrid Verschenkt nichts die beiden Gehen da auch sehr früh drauf Hinten Andrade De Gea Die Flanke war sehr gut von Oka vor Aber De Geas Parade Auch sehr überragend Oh der ist nicht gut geklärt Hernandez Oh ist da Platz Ja gut das ist der Ausgleich Viel zu viel Platz Obwohl wir Überzeiter waren Munoz Macht den Ausgleich War eigentlich eine Frage Hier sieht man es nochmal Ja das ist viel zu viel Platz Und dann spielt er ihn nochmal Und dann Ist da nichts mehr zu machen Hat sich aber auch abgezeichnet Ja und zur Halbzeit steht es 1 zu 1 unentschieden Also ja Ist eine sehr ausgeglichene Partie Man sieht es ja auch an den Statistiken Ähm ja Kann man nichts anderes sagen Als dass diese 1 zu 1 Auf jeden Fall in Ordnung geht Ähm die Bayern mit den mehr erwarteten Toren Wir mit mehr Schüssen Ballbesitz ist mega ausgeglichen Ähm Ja es ist mega schwierig gegen die Bayern zu spielen Weil sie halt früh angreifen Und halt auch ein sehr starkes Also sie machen halt ein sehr starkes Pressing Ähm ja wie die Bayern halt sind Ähm haben sie nicht viel gebraucht Um ein Tor zu machen Und das ist halt das gefährliche dran Aber wie gesagt auch zweimal hat uns dann Navas auch den Hintern gerettet Wir werden auch in der Halbzeit schon auswechseln Ich muss Pembele raus tun Der wird nämlich nicht mehr die 90 Minuten überlegen Also Willi wird wahrscheinlich dann für ihn reinkommen Guter Ball von Andrade Wieder für Burkhardt Und wieder Gehen wir früh in Führung Johnny Burkhardt Mit dem 2 zu 1 Für die Black Panther Das war ein ganz starker Ballgewinn Dann im Mittelfeld von Matteo Quenduzzi Und dann Andrade spielt den super rein Für Burkhardt Und der ins lange Eck Und keine Chance für Derea Der Schuss und Navas hält den ganz stark Und es gibt leider Ecke Aber Joshua Kimmich hat das jetzt einfach mal aus der Distanz probiert Komische Verrenkung da von Nieren zu Aber wichtig, dass Navas da seine Hand noch hochkriegt Sonst wäre der reingeflogen Aber es kommt weit raus Hat den Ball aber Das ist das Wichtigste, wenn du da rauskommst Die Bayern kommen Navas Irgendwie Ich weiß nicht wie Wir kriegen den Ball aber immer nicht raus Kein Foul Und wieder Navas Eieiei Das Ist schon sehr, sehr Glücklich Dieses 2 zu 1 Wir wechseln nochmal ein Frische Kräfte Andrade und Cardosa gehen raus Dafür kommen Rieden Und Teguia Beim Bayern kommt Coman Oh ist da Platz Ist da Platz Und die Bayern machen ihn nicht rein Munoz Aber das ist viel zu viel Platz Aber das ist auch weit, weit weg von einer gefährlichen Abschluss Oh sie mehr in kommt jetzt rein Eieiei Jetzt wird es hier nochmal Die beiden setzen jetzt nochmal auf totales Tempo Rieden Rieden Teguia Rieden 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 3 zu 1 Ist wieder der perfekte Joker Dieser Dishon Rieden 3 zu 1 Für die Panthers Und das hat sich überhaupt nicht abgezeichnet Aber das ist klasse von Rieden Und dann wunderbar Ins lange Eck Da kannst du nichts machen Als David De Gea Und es steht 3 zu 1 Für den amtierenden Pokalsieger Super Ball Super Ball Das ist Rieden Das ist Rieden Das ist stark gemacht Aber das ist auch ganz stark Von David De Gea Aber es bringt natürlich Kostbare Minuten Oka vor's Ecke Findet Burkhardt 4 zu 1 Und jetzt wackelt hier auch die Kamera Weil das Stadion wackelt 4 zu 1 Für die Black Panthers Gegen die Bayern Unfassbar Hier Die Ecke von Oka Vorkommt Butterweich Und Burkhardt Dann gegen 2 Wieder das lange Eck 4 mal langes Eck 4 mal Tor 3er Pack Burkhardt Überragend Dieser Mann Er ist einfach Mister Pokal Und damit ist es vorbei Wir gewinnen 4 zu 1 Gegen den FC Bayern München Bleiben uns damit treu Verlieren weiterhin nicht Gegen die Bayern Und ziehen somit In die nächste Runde Des Pokals ein Und das Am Ende zwar Zu hoch Vom Ergebnis Aber trotz alledem Völlig verdient So mit diesem Ergebnis Das ist natürlich überragend Gelaufen im Pokal Das müssen wir jetzt auch mitnehmen In das nächste Spiel Gegen den Borussia Dortmund Das ist natürlich Der zweite in der Liga Die sind letztes Jahr Meister geworden Aber Warum sich verstecken Wir haben jetzt die Bayern geschlagen Dann ist auch Dortmund Nicht gerade Ein Gegner Den man nicht schlagen kann Einfach Brust raus Und rein da Und das ist sogar Mein 150. Spiel Als Trainer Für die Black Panthers Und das als Heimspiel Das möchte man natürlich veredeln Es schneit schon wieder Und das Spiel gegen Dortmund Wird alles Alles andere als einfach Am 14. Spieltag Ich habe zumindest Den Ball geändert Das ging auf jeden Fall Schon mal klar Und Dortmund Wie gesagt Zweiter Platz Letztjähriger Meister Im Super Pokal Haben wir sie geschlagen In diesem Stadion Durch Die Sean Rien Der spielt aber nicht Von Anfang an Das wird auch noch Am Punkt sein Ihr werdet ja gleich Die Startaufstellungen sehen So dann sehen wir Die Aufstellung von uns Also unsere Mannschaft Ist wie immer Selbe Startaufstellung Wie gegen die Bayern Im Pokal Ich sage es natürlich Die Die sind natürlich Nicht komplett fit Darum wird es Auf jeden Fall Den ein oder anderen Routinewechsel geben Leider kann man ja In FIFA Immer noch nicht Fünfmal wechseln Das wäre natürlich In der Hinsicht Natürlich besser Dortmund geht so rein Kobel Dann Beriche Caleta Manolas Will auf der 6 Bellingham Arthur Auf der 8 Touritentes Auf der 10 Und Dakar Und Haaland Vorherin Manolas Als Kapitän Montiel Auf der Rechtsverteideposition Hören auf der Bank Na ja Also Ulsen Der hat ja Im Superpokal Doppelpack Gemacht Gegen uns Mal gucken Wie sich das So entwickelt Dortmund Ist ja eigentlich Fürs Pressing Metern Vielleicht können wir Drumherum spielen Und Haaland Und Haaland Und Haaland Und Haaland Trifft 1 zu 0 Für den BVB Das ist genau das Die beiden Schweizer da ein Duell gewesen Ne okay Jetzt kommt von Cardoso Wie Tau an den Pfosten Lenkt den Kurbelgrat Noch so Zwei Riesenchancen Jetzt für uns Und das ist stark von Oka vor Das ist Burkhard Das ist Burkhard Der muss jetzt alleine machen Der macht's alleine Und dann steht's 1 zu 1 Unentschieden Wichtiges Tor Aller guten Dinge Sind dann doch auch In diesem Mal In diesem Mal Falle 3 Burkhard trifft Und damit wieder Alles auf Anfang Boah Also Halbzeit Bei uns Im Panthers Storm 1 zu 1 Gegen Dortmund Ja auch hier Ausgeglichene Partie In der ersten Halbzeit Aber ja Wir können uns echt froh schreiben Dass Hala den einen Kläglich liegen gelassen hat Hatten aber auch Unsere Möglichkeiten Sind auch verdient Zum Ausgleich gekommen Aber ja Dortmund presst Sehr früh Und das müssen wir halt Besser ausnutzen Wir hatten viele Chancen Die einfach liegen geblieben sind Im Angriff schon Das müssen wir halt einfach Besser machen In der zweiten Halbzeit Hoffentlich kriegen wir das Irgendwie hin Oder sie Stark von Antrade Sich durchgesetzt Und wir Spie Drehen diese Partie Auf 2-1 Ganz Ganz stark Aus dem Einwurf heraus Super gespielt Klasse durchgesetzt Und dann steht es Wir wechseln ein zweites Mal Jemals geht raus Und dafür kommt man Zipov rein Auch jemals komplett platt Ich glaube der hat bisher Auch jedes Spiel gespielt Rieden Klasse gespielt Von uns Das ist Okafor Den nochmal quer zu legen War dumm von mir Der hätte ich einfach Mit Okafor abschließen müssen Kadoza 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 Quinduzi 3-1 Klasse das zu Ende gespielt Und dann ist der Franzose Plank im Rückraum Und bringt die Black Panthers Mit 3-1 In Front Hier klasse von Kadoza Super durchgesetzt Und dann Ein Strahl Ins lange Eck Quinduzi 3-1 Klasse Ball Kadoza Kadoza Jetzt können wir ihn querlegen Rieden 4-1 Jetzt wird der BVB Ausgekontert Und damit ist der Deckel drauf Auf diese Partie 4-1 Überragend gespielt Und dann einmal querlegen Und dann hat Rieden es ja nicht wirklich schwer Den rein zu hauen Und wenn du sie geht runter Kreditsch kommt dafür auf den Platz Vier letzten Minuten Gut gespielt Was der Dortmunder da treibt Was der Dortmunder da treibt Hat am Ende der zweiten Halbzeit die Pressinglinie super überspielt Und gewinnen auch völlig verdient mit diesem Spielstand Ja und bleiben weiterhin dran an den Champions League Plätzen Und kommen dadurch Und kommen dadurch Durch diesen Sieg Auch an den BVB Schön nah dran Hier sieht man ja in der Europa League geht es ja um nichts mehr Wir sind da mit 15 Punkten klarer Tabellenführer und werden es auch bleiben wir gucken jetzt Mal kurz auf die Bundesliga Tabelle Ja und da sieht man es ist ganz schön eng hinter der Tabellenführer Leipzig 29 Punkte die Bayern 27 Punkte Dortmund 24 die Hertha 23 Wir 22 Wolfsburg Bielefeld und Freiburg mit 21 und 20 also das ist schon sehr sehr eng vor allem Bielefeld dass die so weit oben sind ja und dann hier eine 20er Reihe die sehr ist also es ist sehr sehr eng es gibt gefühlt kein Mittelfeld Ja und gegen Brondby wird auf jeden Fall geschont werden weil da sind wir sowieso durch und Brondby ist sowieso schon raus Ja und ihr seht da wird einiges geschont jetzt gegen Brondby also komplette B11 außer Kone und Navas Wenn es jetzt nicht reicht dann ist es auch so wir verlieren 2 zu 3 Gott im Himmel ist jetzt nicht so schlimm Wieden mit dem Doppelpack haben wir halt noch eine Niederlage in der Europa League bekommen Ist jetzt in dem in der Sache auch nicht schlimm ich glaube der ein oder andere Spieler hat sich auf jeden Fall gefreut dass er mal spielen durfte Turnierpreis Geld 6,2 Millionen Das ist auf jeden Fall schön und jetzt geht es gleich rein gegen den FC Bayern In der Bundesliga und ja Gegen die wird auf jeden Fall nochmal gespielt Normalerweise spiele ich ja eigentlich nicht zweimal in der Episode zweimal gegen denselben Gegner Aber ja ich meine das ist natürlich auch ein Konkurrent da oben Dann kann man es vielleicht auch verstehen dass man gegen so einen Gegner dann halt auch zweimal spielt in einer Episode Diesmal halt jetzt in der Liga Und wir müssen Wenn wir oben dran bleiben wollen müssen wir jetzt auch nachlegen Denn der ein oder andere hat für uns gespielt und Ist aber auch an uns gleichzeitig der ein oder andere auch vorbeigegangen Wenn wir da den Sieg holen können wir uns einen guten Abstand Und reinholen Burkhard Sehr stark Andrade gute Bewegung da vorbei am Gegner Und das 1 zu 0 Nach 18 Minuten Machen wir Ganz stark Stark Starker Konter Schnell und schnörkellos gespielt Die Ballrolle und dann hat er den Platz und dann schweißt er ihn perfekt unter die Latte Starker Ball von Cardosa der bringt der findet Burkhard Burkhard Hinten durch zum Okafor und der macht das 2 zu 0 Noah Okafor Mit dem 2. Tor Für die Black Panthers Ein klasse Abschluss von Okafor und dann ist es das 2. Nächster Konter, nächster Treffer Und zur Halbzeit steht es vollkommen verdient 2 zu 0 für die Black Panther Weil die Bayern einfach nichts davon bringen Wir haben die Bayern komplett im Griff und das ist schon mal sehr gut Und ja mit zwei Kontern haben wir da total ins Schwarze getroffen Und die Führung ist wie gesagt komplett verdient bis hierhin Ah wieder die Bayern und da war die Gretchen glaube ich zu spät Mit dem Foulspiel Er trifft da den Bayern Spieler am Fuß Musiala geht jetzt raus Das sieht aus wie Sonny Kettlmann No joke Osimein gegen Navas Und der macht den Anschluss Navas hat zwar die Ecke Aber der war zu platziert geschossen Vom Nigerianer Hier kommt es nochmal Ja keine Chance Für Navas Da hätten auch keine 10 Zentimeter mehr gereicht Pembele gut mitgelaufen Burkhardt Fehlt nicht viel So Und dann wechseln wir dreifach Rien kommt Teguia und Greddich kommen rein Und Andrade Kone und Cardosa gehen Für die letzten 20 Minuten einfach nochmal frische Kräfte Vielleicht einfach um einen Konter dann nochmal ins Netz reinzusetzen Kein Bock hier noch weiterhin zu zittern Oka vor Wir haben Zeit Wir haben die Zeit Oh mein Oka vor macht so einen Scheiß da 19. Minute läuft Eine Minute gibt es oben drauf Die Bayern müssten jetzt nach vorne Schiedsrichter Schiedsrichter Und ist vorbei 2 zu 1 Gewinnen wir in München Ein ganz wichtiger Sieg für uns Und mal wieder schlagen wir die Bayern Es bleibt dabei ungeschlagen Gegen Den Rekordmeister Und nachdem wir die drei Punkte aus München entführt haben Sind wir jetzt Tabellenvierter mit 26 Punkten Drei Punkten hinter den Bayern Ja aber haben natürlich jetzt dann Leipzig vor der Prost So und dadurch dass wir das ein oder andere Spiel schon selber gespielt haben heute Wird dieses Spiel ganz schnell simuliert haben Konaté wieder zurückgeholt Und wir gewinnen 2 zu 1 gegen Leipzig gegen den Tabellenführer durch den Doppelpack von Noah Oka vor Das sind ganz ganz wichtige drei Punkte die wir auch aus Leipzig entführen Einen richtigen Lauf den wir jetzt haben und sind damit weiterhin vierter und sind jetzt richtig dran Am Rest An den Verfolgern von RB Bayern 04 Leverkusen ist einfach nur 13. in der Liga Das überrascht mich jetzt schon Gut wenn man natürlich weise auf der 10 spielt ist es auch ein bisschen komisch Aber gut trotz alledem Verlieren wir auch 2 zu 0 War mir irgendwie klar Wir verlieren immer gegen die die unter uns stehen Anstatt die die über uns stehen 0 zu 2 Niederlage Trotz alledem immer noch gut Nach 17 Spieltagen sind wir mit 29 Punkten ausgestattet Auf Platz 5 Alle Möglichkeiten noch nach oben War mir natürlich auch Möglichkeiten noch nach unten, nach unten, nach unten, nach unten zu fallen Aber trotz alledem ist das bis hierhin eine sehr sehr starke Leistung Dann geht es ab in die Transferphase So bis hierhin ist noch nichts in der Transferphase passiert Wir sind schon wieder in der Rückrunde Und spielen das erste Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim Die schlagen wir 2 zu 0 durch Cardosa und Andrade Ein wichtiger Dreier zum Start in die Saison Aber das meiste Spiele ohne Gegentor 6 Spiele sind das 18 Spieler gemacht Wir sind jetzt sogar Dritter Gut, haben ein Spiel mehr Aber trotz alledem 32 Punkte Das ist auf jeden Fall schon nicht schlecht Damit haben wir unseren ersten Neuzugang Nämlich Erik Martl Ist zu uns gekommen Ist eine Kurzleihe Bis zum Ende der Saison von RB Leipzig Damit haben wir zumindest Einen neuen Mann Auf der 6 Den wir ja auch unbedingt gebraucht haben Auf dieser Position Dafür geht Willi jetzt aus der Mannschaft raus Sitz ist erstmal nur noch Reservebank Gut, obwohl Man braucht eigentlich sowieso kein Keeper Es ist halt so selten, dass sich mal der Keeper verletzt Aber ja Dann ist es erstmal so gemacht Martl auf der 6 Beziehungsweise dann als 8 Als 8er geplant Dass er dann reinkommt In Spielen Wenn irgendwas ist Und dann haben wir ja immer noch Geld Und das Geld sollen wir ja nach Dem Was sie haben wollen Sollen wir es Verkaufen Und das Transfergeld Soll ausgegeben sein Ich guck mal Vielleicht ist ja noch ein Scout Auf dem Markt Ja, ja 4-4 Aber gut Eigentlich reicht ein Scout Weil Die Chance Dass sich da noch irgendwas Rein verbessert Ist eigentlich sehr selten Dass da noch ein Spieler kommt Der sich noch so Verbessert Dass er noch in die erste Mannschaft kommt Darum Können wir jetzt bis zum Deadline Weil eigentlich bis zum Deadline Day durchgehen Ähm Und dann gucken wir einfach mal Wie es sich so von den Transfers Welchen wir vielleicht noch transferieren zu uns Den nächsten Spieler Den wir verpflichten Ist Weil Ich finde den Der Tyler Onyanko Von dem hat einen 5 Millionen hat er gekostet Noch ein 8er Denn ich habe mir einfach gedacht Wie wäre es wenn wir Martel Einfach zum Innenverteidiger Umwandeln Ich weiß jetzt nicht ob das geht Ich hoffe einfach dass es geht Es dauert ja noch 2 Wochen Alter Das ist natürlich super Da haben wir nämlich einen Innenverteidiger Und ein 8er Den wir hier Oh klar Der ist echt nicht der Beste Aber es ist ein Backup Mehr will ich nicht haben Und vielleicht kann er sich dann so ein bisschen entwickeln Als Backup Spieler Und wenn mal einer verletzt ist Dann kann der Rutscht da rein Und dann passt das Wir Müssen die jetzt nur noch Unsere Entwicklungsplan reinstellen Das passt eigentlich so erstmal Junge ist er außerdem 21 Jahre jung 5 Millionen ist jetzt nicht so Ein riesen Ding Und dann passt das alles So Dann haben wir auch den ersten Abgang Nämlich Lenny Schmidt Geht zur RFC Sehr rein Sehr rein Für 400.000 Das passt auf jeden Fall Die Tau wollen wir nicht verkaufen Vor allem nicht an Hoffenheim Und dann spulen wir die letzten Sachen ab Und dann sehen wir mal hier rein Torres zu Barcelona De Bruyne zu Inter Mailand Und Gagpo von PSV zu Valencia Wer ist denn dieser Bart Irgendwo kenne ich dich in Bart Ja wir scouten denn einfach mal Habt da Lust drauf Vielleicht ist es ja ein ganz annenbarer Stürmer Und dann ist die Transferphase auch rum Und dann geht es gleich in das Spiel Gegen den VfB Stuttgart Weiterhin sind wir ja 5. in der Liga Gegen den VfB Stuttgart Möchte ich gerne auch wieder Einen Sieg sehen Wir verlieren 1 zu 0 Vitao geht nach 7 Minuten Mit Klattrot vom Platz Das ist nicht so gut Ja und das Wirft uns natürlich auch So ein bisschen wieder zurück In der Liga Ich bin gegen Dortmund Jetzt im Pokal So das Spiel gegen Dortmund Werden wir jetzt einfach ganz normal simulieren Da wir ja schon gegen Dortmund gespielt haben Sollte noch irgendwas sein Dann werden wir natürlich eingreifen Wenn nicht Dann müssen das die Männer jetzt ganz alleine hinkriegen Martel muss natürlich in der EV spielen Da ja Wie Tau Rot gesperrt ist Aber wir simulieren das jetzt ganz normal Mal gucken was passiert Ja der ist gut durch Der ist gut durch Oker vor Jawoll 1 zu 0 Noah Oker vor Nur 45. Minute Ganz toller Zeitpunkt für ein Tor Jawoll Wir sind eine Runde weiter Auch in der Simulation Schlagen wir den BVB 1 zu 0 Durch Oker vor Was ist denn hier los Die nächsten Favoriten einfach rausgeschmissen Nürnberg kommt gegen Bremen weiter Und wir kommen gegen den BVB weiter Sehr sehr wichtig Und das letzte Spiel an diesem Tag In diesem Video Wird selber gespielt Der 20. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg Tabellenplatz 6 Gegen Tabellenplatz 5 Also schönes Nachbarschaftsduell In der Tabelle Und hier die Aufstellung von Wolfsburg Castells Dann Kuto Fernandes Dann Trincau einfach Iteran Prekalo Matcher vorne im Sturm Durado Ok Abwehr kenne ich Die Freispiele Rechtsverteidiger Ist auch sehr interessant Was sich der VfL eingekauft hat Und hier sehen wir unsere Jungs Und vorne unser Doppelsturm Die Dortmund rausgehauen haben Außer Vitao Vitao natürlich nach Rotsperre Natürlich wieder da Und dann Kann es reingehen In die Partie von links Nach rechts Die Wolfsburger Gegen unsere Jungen Gut gespielt Andrade hat sich da Gut freigelaufen Und jetzt gehen wir schon früh In Führung Nach 5 Minuten Gehen wir Mit einem sehr sehr starken Angriff In Führung in Wolfsburg Andrade die Lücke super erkannt Und dann mit dem rechten Fuß ins rechte Eck Und der Ball von Guendou Sieg Kommt an Burkhardt Und Castelz Überragend Die Parade von Belgia Aber vielleicht gab es ja mal Nach einer Standardsituation Vitao Wieder Castelz Kein Abseits Cardosa Burkhardt 2-0 Wir legen nach Johnny Burkhardt Mit dem 2-0 Kurz Vor der Halbzeit Klasse gespielt Das war Auch perfekt Weil sonst wäre das Absatz gewesen Und Burkhardt eisekalt Dieses Mal Ins Tor Die Halbzeit läuft alles für uns Wir führen klar Mit 2-0 Auch komplett verdient Auch wenn wir weniger Ballbesitz haben Machen wir aber mehr vom Spiel Und lassen den Wolfsburgern Nicht viele Möglichkeiten Bis halt gar keine Ihr seht es ja selber Kein einziger Schuss von dem VfL Und so kann es in der zweiten Halbzeit weitergehen Und dann haben wir hier eigentlich Die drei Punkte sicher Guter Ballgewinn da in der Mitte Burkhardt Burkhardt Klasse wie er sich da durchsetzt Aber auch überragend gehalten Von Castells Der die Hände Grazer noch hochkriegt Können du sieh mit der Ecke Wie Tau So Wolfsburg wechselt Paredes kommt für Eduardo Und wir wechseln auch dreimal Andrade raus Cardosa raus Kone raus Rieden Greditsch Und Teguia Rhein Und Navas Und dann bleibt es dabei 2 zu 0 Gewinne gegen den VfL Wolfsburg Das komplett verdient Ich glaube die erste und einzige Parade War jetzt die 90. Minute Von Navas Und damit Halten wir den VfL auf Abstand Und damit sind wir Platz 5 in der Liga Festigen den ein bisschen Und sind gut dran 5 Punkte hinter der Spitze 2 hinter 3 hinterm dritten Äh hinterm zweiten Also sind da dran An der ganzen Geschichte Also Es ist bis hierhin sehr sehr spannend Und man sieht ja auch Dass Man jetzt auch noch 4 Punkte Voll im siebten ist Das nächste Spiel Müsste dann glaube ich Gegen Hannover sein Genau Wir machen noch den Positionswechsel Beim Martel Verbessert sich sogar Ähm Machen wir mal hoch Vielleicht Ist ja eine Möglichkeit da Den Mann zu verpflichten Leihangebog Für Krunger Dieses Jugendtalent Was wir hochgeholt haben Das delegieren wir einmal Und dann machen wir da Ein Jahr Leihet raus Na wie gesagt Nächste Episode Geht es dann los Gegen Hannover 96 Die sind 17. Aber wie gesagt Das erste In der nächsten Folge Ich bedanke mich Fürs Zusehen Wir sehen uns In der nächsten Episode Wieder Und dann Bin ich raus Und Tschüss Musik 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 Musik